Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ghost Whisperer. Wir sind immer noch in Episode 2. An meiner Seite der großartige Ralle der Rasende. Ich bin euer Mr. Wendem 1974 und wir machen jetzt das geilste von Welt. Wir suchen Kleiderbügel. Ja, wir könnten irgendwie diesen Fall lösen, warum da ein Geist rumspukt, aber nein. Wir müssen ja hier einen Antiquitätenladen führen und das geht vor. Natürlich. Aber letztendlich hat sich jetzt auch geklärt, warum wir schon... ... ähm, zig Stunden vorher die ganzen Kleiderbügel überall mitgenommen haben. Das ist eine Mörder-Quest, ne? So, was haben wir noch? Finde den Kleiderbügel, den hab ich doch gerade gefunden. Reicht der nicht? Nee, wir brauchen zwei. Ähm, ich meine aber, Belinda wusste natürlich schon vor, was weiß ich, wie vielen Tagen und Wochen oder so, dass er ausrechnend heute um diese Uhrzeit hier acht Kleiderbügel brauchen wird. Und hat deshalb überall alle mitgenommen, die sie gefunden hat. Wir machen jetzt einfach mal, ich fang jetzt mal mit diesem Tolldinger. Ich brauche einen Kleiderbügel, um das hier wegzuhängen. Nehmen wir den doch. Toll. In der Zeit gucke ich mich mal nach dem zweiten Kleiderbügel. Achso, achte mal auf dieses geile Rätsel. Einfach klicken, wo es blinkt. Ja. Boah. Das ist ja mal komplex. So, da haben wir, jetzt haben wir keinen mehr, ne? Genau. Jetzt brauchen wir den. Der letzte ist aber oben bei dem Kronenleuchter, rechts oben. Hier? Oder? Da. Ja, da. Da hab ich auch mal meinen kleinen Bügel, also. So, hat's da nochmal geleuchtet. Ach da. Eigentlich siehst du hier nicht mal in Ordnung bei mir in meiner Wohnung. Dort könntest schon fast so hinkommen, ja? So, alles ist fertig für einen morgigen Verkauf. Jetzt kann ich mich an die Nachforschung über Mrs. Topper machen. Melinda, das ist... Na, komm. Ne, komm. Ich hinterfrage hier nichts. Puh, vielen Dank. Wenn David Topper also will, dass du dich fernhältst, warum graben wir nach Infos über Mrs. T? Nicht zu verwechseln mit Mr. T. Der würde uns nämlich richtig einen auf die Fresse hauen. Ich glaube, dass der Geist seiner Mutter aufgewühlt ist. Ich kann nicht einfach weggehen. Lass uns mal nachsehen, ob wir online mehr über sie finden können. Googeln! Dürfen jetzt googeln! So, wieso finde den Motor einer Spieluhr? Okay. Benutzt du den Laptop? Also, bei mir muss die Spieluhr auch auf jeden Fall funktionieren, damit ich den Laptop benutzen kann. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Ich meine, die Spieluhr versorgt den Laptop erst mit Strom. Oh, was haben wir denn jetzt? Oh, wieder Wimmelbild. Oh, jetzt mal Wimmelbild mit Text. So. Oh mein Gott. Äh, so. Was haben wir denn? Wir können das auch verschieben. So, Schlüssel. Also, alles, was jetzt, das ist zum ersten Mal, wo ich beim letzten Mal gesagt habe, das ist jedenfalls relativ mal okay. So, was haben wir denn noch? Hier brauchen wir wahrscheinlich nichts. Du brauchst wahrscheinlich um das Wagenrad auf dem orangenen Teil in der Mitte, rechts um. So, da, ja, genau. Genau, so, das haben wir schon mal. So, jetzt gehen wir mal. Brauchen wir das auch? Nein. Brauchen wir einen Kalender? Brauchen wir. Den Stock brauchen wir. So. Spielzeugsoldat. Ja, da ist schon ein Artikel drauf. Genau. Haus der Toppers. Ist das das? Die Puppe ist in einem anderen Artikel. Genau. Die Uhr ist in einem dritten Artikel. So, Schloss. So, Bleistift und Hut. Jetzt stellt sich ja, der Hut ist bei der Dame in einem Artikel. So, ganz schön eindeutig oben. Sie sagt, die ist so große Hut, oder? Ja, haben wir. Siehst du irgendwo einen Gorilla? Ja, unten im Zeitungsartikel mit dem Zoo. Äh, da, genau. So, jetzt fehlt uns noch ein Schloss. Jetzt stellt sich die Frage, was für ein Schloss ist es? Ist es eine Art Schloss-Schloss, oder ist es ein Schloss, wo man Schlüssel reinsteckt? Ich vermute eher die Schlüsselabteilung. Aber hier ist nichts mehr, ne? Ich gucke gerade ziemlich. Ich gucke auch mal. Nicht, dass das irgendwo im Text ist. Das würde ich dir mittlerweile auch zutrauen. Ach ja, ja, das ist natürlich auch nur eine Möglichkeit. Du oder so. Oder heißt ein Ordner oder so, Schloss oder so? Ich klicke es ja mal an. Na ja. Wo schickst du mich denn hin? Hä? Wo ist denn dein Schloss? Ah! Da! Hä? Ja gut, wenn man das natürlich 27 Mal drüber hin und her schiebt, klar. Ah. Wenn der Geist also nicht Mrs. Topper ist, wer dann? Gute Frage. Wir haben eine Quest. Er hatte eine Affäre. Finde den Spielzeugflügel. Ja. Nehmen wir den noch. Warum auch immer ich jetzt den Spielzeugflügel brauche. Die weiß man wieder mehr als wir. Und mit dem Spielzeugflügel geht's ab ins Schlafzimmer. Natürlich. Aber ich hab, glaub ich, tatsächlich gerade so einen Punkt gefunden, wo das Spiel halbwegs realistisch zur Serie ist. Also ich meine, die Melinda ist in der Serie auch immer so extrem neugierig und mischt sich überall ein, wo sie sich überhaupt nicht einmischen soll und so. Ja, ja. Das ist richtig. Hat auch sozusagen nicht unbedingt ein tolles Leben in der Stadt. Ne, nicht unbedingt. Was will er denn? Mein Lämmchen, kleines Lämmchen, Feilchen für mein kleines Lämmchen, Feilchen. Hast du getrunken? Ach, das ist der Opa, ne? Ähm. Ja, Lämmchen, kleines Lämmchen, Feilchen für mein kleines Lämmchen, Feilchen. Sehr geehrte Damen und Herren da draußen, passt auf mit Tabletten, sonst passiert euch das auch. Hä? Wie? Danke, dass Sie gekommen sind, Melinda. Es geht ihm immer schlechter. Und? Nicht unbedingt, ich habe den Puppenkopf in seinem Bett gefunden. Nicht unbedingt gutes Oben, wenn ich mal sagen darf. Wie die anderen Puppenteile, die ich gefunden habe. Vermute ich. Das alles hat mir eine Heidenangst angejagt, weshalb ich den Kopf fallen ließ. Er muss hier irgendwo sein. Quest. Wo ist er denn? Wenn er denn beim Bett fallen ließ, dann muss der doch eigentlich in das Bett sein, oder denke ich hier falsch? Oder müssen wir erst wieder wimmeln? Nein, nein, die Gegenstände fliegen alle immer schön nach oben. Keine Ahnung, ob das jetzt oben ist. Es sieht aus, als wären die oberen Hälften der Matroschka-Puppen fehlen. Okay. Na ja, komm, mach mal weg hier. Ich will mal wissen, was ich da für eine Aufgabe habe. Geh mal weg. Setze die Puppen zusammen. Ja gut, dazu brauche ich erstmal den Rest. So. Wie schön, es ist eine Schande, dass sich die Flugzeuge nicht gleich repariert haben, nachdem sie kaputt gingen. Vielleicht kann ich sie ja flicken. Natürlich. Womitän. Wir haben noch einen Spielzeugflügel zumindest ein. Und Klebstoff, falls es klebt. Genau. Der Flügel hält einfach nicht. Mir scheint, ich brauche wohl etwas Klebriges. So, der Kleber wird schnell trocknen. Ich sollte mich also jetzt nach dem Flügel umsehen. Den wir schon haben. Viel besser. Mit einem Flügel haben wir zwei Flügel ersetzt. Ja, wir sind gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Was hat mir das jetzt gebracht? Dort unten sind die Matroschka-Puppen, sind jetzt nicht die Oberteile davon. Okay, gut. Okay, gut. Das haben wir. So. Man bleibt eigentlich nur noch das, wo hier... Natürlich. So. Ein Fimbelbild. Genau. Grüne Flasche. Klar. So. Gucken wir mal, was haben wir denn noch so alles? Krawatte ist rechts. Genau. Können wir sofort weg. Das ist die tolle Gabel. Die kenne ich auch schon mehrfach. Äh. Spielkarte, brauchen wir sowas? Ja. Da ist wieder ein Zug. Schweizer Messer ist hier. Brauchen wir denn eine Schaltplatte? Rechts ist auf jeden Fall ein Gesicht. Ziemlich hier in der Mitte und... Genau, hier auch, oder? Ziemlich zentral, ja, genau. Jetzt auch noch ein Gesicht. Können wir schon mal ein paar Gesichter noch mal machen. So, poppen wir schon. Der Lampe ist auch noch ein Gesicht. Genau. Wo sind wir denn hier ein Puppenteil? Ach, da war das Puppenteil. Okay. So, Puppenteil 2 dürfte das dann sein. Oh, wir haben ja die Schaltplatte hingepackt. Puppenteil 3 ist ein Stückchen links von deinem Cursor jetzt. Ein bisschen weiter liegen. Ja, okay, das war Puppenteil 4 anscheinend. Siehst du noch eins? Links und hoch. Links. Weiter links. Links. Ja. Noch weiter links. Noch ein bisschen. Da, bis jetzt was drauf. Gut. Baseball hat man auch gerade. Warum findet der den nicht? So, zack. So, Schaltplatte. Die Schaltplatte ist unten, in der Mitte. Unterm Affen. Zack. Boah, super. Und vier neue Gegenstände mit wahrscheinlich vier Bügel. So, fünf Puppenteile. Wo soll ich die denn jetzt zusammensetzen? Haben wir hier was? Wahrscheinlich hier. Okay. Passt perfekt. Die habe ich schon als Kind geliebt. Die kaputten Puppen. Okay. So. Fehlt uns immer noch ein Puppenkopf. Er kann doch nicht so weitermachen. Mit der Matroschka-Puppen können wir jetzt nichts weitermachen. Hahaha. Ah. Danke für den Hinweis. Ich finde dieses Spiel manchmal... Keine Ahnung. Gegen Sinn muss das ja haben, die Dinger zusammenzusetzen. Ah. Ich finde das so logisch. Wo haben wir hier eine UV-Lampe? Da oben irgendwo? Da. Ach, danke. So, super. Ist das der Kopf? Ja, er stammt von der gleichen Puppe wie die anderen Teile, nicht wahr? Ich habe ihnen nicht gleich geglaubt, aber... Haben sie das gehört? Es kommt von oben. Ach, das ist das Trommeln. Ach so. Das waren Füße. Ich dachte, das wäre das Herz von ihr gewesen oder so. Das auf einmal höher geschlagen hat, weil es endlich angenommen wurde. Etwas läuft da oben rum. Aber es war seit Jahren niemand mehr auf dem Speicher. Es klingt zumindest, als würde das nicht ganz stimmen. So. Sieh dich auf dem Flur oben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowieso nun hier ist, was dort oben sein wird. Festverschlossen, da scheint irgendein Schloss angebracht zu sein. Haben wir solche Teile? Das passt doch schon mal da und das passt doch schon mal da. Und den Kreis haben wir auch. Ha! Zub. Das war schwer. Hier, die Luke zum Speicher ist jetzt offen. Ich. Ich möchte wirklich nicht da hoch gehen. Ja, das machen wir ja wahrscheinlich wieder, natürlich. Schon okay. Wir gehen zusammen hoch. No. Was kann ich, muss ich denn, hier steht noch, sieh dich auf dem Flur oben, dann mache ich das auch noch. Da blinkt was bei dem Sohn. Wimmelbild? Ja, natürlich. Immerhin, das Spiel wird dem Begriff Wimmelbild spielgerecht. Ja, also was der Vorteil ist, im Gegensatz zu Episode 1, haben sie diese Wimmelbild-Spiele noch mal 17 Mal recycelt. Also das heißt, du hast ein Wimmelbild dann 27 Mal gemacht. Das machen sie jetzt in Episode 2 nicht, aber dafür haben sie, vorher hatten sie kaum etwas. Und jetzt siehst du ja, alle drei Minuten wird jetzt gewimmelt. So, was haben wir denn noch? Wo ist denn hier eine Fledermaus? Der Anker ist bei dem Nachtschränkchen sozusagen, also diesem Schränkchen dort. Da, genau. So, was haben wir denn noch? Äh, einen Cutter. Okay. Na, das ist okay. Das war nur... Eine beige Schnecke ist auch... Der Dominostein ist, ähm, links unten, rechts vom Hahn. Äh, da. Ne. Oberhalb des, ähm, ah, Handschuhs, die, ah, wie heißt es jetzt, Boxhandschuhs, so genau. Da ist er. So, jetzt haben wir noch ein Armband. Aha. Das ist nochmal ein Geist. Das ist die Motte, wahrscheinlich. Ne, das war Batman. Okay, das war die Fledermaus. Das ist die Motte, okay. Äh, Armband? Hallo? Armband könnte das unter diesen, ähm, Gefährt rechts unten sein, dieses Holzgefährt, äh, unten drunter. Direkt. Da ist die Schnecke. Na, okay. Egal, nehmen wir auch. Schnecke und Armband sehen den unglaublich ähnlich aus. So, komm, dann verballern wir mal einen. Das ist der Schwamm. Okay, den hätten wir selber fliegen können. Äh, was haben wir denn für ein Becken? Ja, das frage ich mich auch schon. Was soll ein Becken sein? Sind das diese Musikinstrumentbecken, die so, ähm, klatschen oder sowas? Kann sein. Kann sein. Oh mein Gott, manchmal muss man echt... Da ist es auch. Ja. Ich möchte mich mal so extrem um die Ecke denken. Ich habe erstmal wie an so ein Waschbecken gedacht. Ja. So, was fehlt uns denn noch? Untermumika. So, na komm. Zeige ich uns mal was. Was ist das? Ach, das ist das Armband. Ja gut, der hätte ich wahrscheinlich nie gesucht. So. Was ist ein Cutter denn bei denen? Warte, was haben wir denn da noch? Die Mundharmonika ist links bei dem Schränkchen. Also an der linken Tür, die offen ist. Unten. Hier? Sind weiter links da. Okay. So, jetzt kommt die Frage. Was ist ein Cutter bei euch? Wahrscheinlich ist es noch so ein eingeklapptes Cuttermesser oder so. Ist ja das Problem, denn hier kann es ja mal wieder alles sein. Oder es ist, was ich irgendwie in anderer Karte, den wir begrifflich nicht kennen. Da habe ich da draufgeklickt. Das war doch ein Schneider, den hatte ich doch schon. Du willst mich hier verarschen? Ich werde hier betrogen bei einem Wimmelbildspiel. So, das reicht doch nicht. Ne, anscheinend ist hier noch ein Wimmelbild irgendwo. Aha. Sieht aus, als würde die Uhr funktionieren. Nur fehlt ein Ziffernblatt etwas. Welch ein Zufall, dass wir das haben. Tja, zumindest geht sie jetzt richtig. So. So, und irgendwas musst du uns jetzt auch gebracht haben vermutlich wieder. Finde den Puppenarm. Genau. Also, ja, dort unten, genau. Hey. Hier sind wir hier aufhängig. Ich finde die Kurbel. Oh, nee. Die Kurbel. Was ist denn hier eine Kurbel? Das war faul. Da ist eine Kurbel? Ja, das ist cool. Ja, natürlich. So, jetzt geht's ja wahrscheinlich automatisch hoch. Speicher. Sehen Sie sich nur all das Zeug an. Das Leben meines Vaters, aber ich sehe niemanden hier oben. Was aber nicht heißt, dass niemand hier ist. Was willst du? Lüfte das Keheimnis des Speichers. Ach du Scheiße. Arial 2 oder so. Oh, nee. Nicht schon wieder. Nicht immer wild. Ich glaube, jetzt haben wir es alle zwei Minuten, glaube ich. Aber jetzt reicht es auch langsam. So. Was brauchen wir denn? Eine Blumenkette. Ähm. Ein Peak. Okay. Ein Zauberstab und ein Pfeil. Okay. Okay, da ist noch eine Fratze. Ach nee, ist keine. So. Was haben wir da? Tja, jetzt wird es aber hier die Augenkrebsabteilung. Ja, das könnte die Schlange, das rechts, dieses schwarze Ding mit den Augen sein, oder? Ja, na gut, doch nicht. Das ist doch nicht die Schlange. Hm. Okay, mal komm, wir machen mal schon mal einen weg. Okay, da ist irgendwas. Da ist der Fußabdruck, der natürlich irgendwo... Hantel haben wir auch irgendwas? Ist das da unten die Hantel vielleicht? Nee. So, halb im Bild. Die Hantel ist in der Mitte oben, so ziemlich. Bei der komischen Maske. Ja, ich sehe sie. Ich habe sie gesehen. So, wo ist denn eine Socke? In diesem Chaos. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Socke auch mitnehmen wird. Da war das Peak drauf. Wie hätte ich das denn erkennen sollen? Ich habe keinen Schimmer. Jetzt werdet ihr aber hier... Das war der Haarreifen. Okay. Ist diese Socke vielleicht oben das lange Schal-ähnliche, bunte? In der Mitte links? Ja, ich klicke gerade drauf. Nee, ist es nicht. Ah, okay. Das war der Bambusstock. So, wir suchen immer noch die scheiß Schlange. Und die Socke. Ah, die Socke ist rechts unten beim Pferdekopf. Vorne vor... Ja. Das ist halt mit der Maus noch. Bisschen... Also von Auge aus ein bisschen... Ja, ja, da ist sie. Okay. So, jetzt darfst du noch die Schlange finden. Ich gebe mein Bestes. Ja. Die Schlange ist links auf dem Bild, beziehungsweise auf dem Teppich drauf. Ist so ein schwarz-rot, äh, ja, so grau-braun-rot Ding ist auf dem Teppich oben. Meinst du hier so, oder was, oder? Oben auf dem Teppich, unten ist das in der Tasche. Ha, 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 ha! Natürlich. So, geht doch. So, das reicht nicht. Irgendwas stimmt mit diesem Schaukelpferd nicht. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Geist zu tun. Ich sollte versuchen, die Kufe zu reparieren. Gut. Dann würde ich sagen... ...haben wir es bis hierhin geschafft. Jo. Danke ich dir, dass du dabei warst. Besucht alle den Rasenden seinen Kanal. Ganz schöne Sachen drauf. Müsst ihr mal einfach gucken. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und, ja, beim nächsten Mal machen wir hier wieder Handwerkerkunst. Das kann Melinda ja irgendwie hier in diesem Spiel auch. Melinda, sie kann alles. Ja, die kann wirklich alles. Außer Hochdeutsch. Ach nee, das waren die anderen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt uns treu. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, und auch von Ihnen. Ciao, ciao. Ciao.